bild immer dann wenn ich das sage immer wenn ich so mache oder bild sage ja herzlich willkommen hierzu wampelware meiner allerersten runde ich gehe direkt auf spielen solo battle royale spielplatz battle royale direkt action ich mache erst mal ein todriol so seht ihr die karte an kampfmodus an kampfmodus aus was soll ich machen ach da rennt einer rum ach so da steht ja rechts daschen ausweichen blocken brutaler angriff muss um armen hase komm her angreifen okay und pingen na gut das ist jetzt so das todriol oder was okay dann gehen wir einfach ins spiel jetzt rein kampfmodus aus was auch hier dass ich den angriff aufladen kann wird eigentlich gar nicht erklärt wir gehen einfach mal in ein match rein und gucken einfach mal was uns erwartet da das ja kein schießen spiel ist es glaube ich besser mit controller zu spielen ach so ich habe eventuell den controller jetzt repariert und zwar unter geräte manager ist standard mäßig aktiviert das windows den controller deaktivieren darf um energie zu sparen und eventuell verbrauche ich einfach zu viel energie das windows sagt hey wir deaktivieren das ganze einfach mal um energie zu sparen habe ich jetzt ausgeschaltet also jetzt dürfte der controller nicht mehr problem nicht mehr problem so controller ist an ne ich verbinde verbinde ich verliere trotzdem die kontrolle guck da da okay ja es hat also nichts gebracht jetzt geht der controller wieder alles ganz komisch alles ganz komisch so daschen ausweichen blocken angreifen okay okay alles klar na mal gucken 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 lass mich noch drücken naja dann lass mal herausfinden wie gut das spät ist es soll ja sein wie fortnite nur nahkampf also wird es hier items geben oder so item behälter wo wir sind die sterne aua warte doch mal aua hallo naja erst mal ja erst mal schon fressen hier warte ich weich doch aus wie lange dauert das denn bis man jemanden hier getötet hat super modus ui 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 das war interessant machen wir noch eine runde machen wir noch eine runde neue runde neues glück also so ein kampf dauert ja 100 jahre anscheinend war die könnte sich jetzt so ein hähnchen hm ist der controller vielleicht auch kaputt oder so ich weiß das auch nicht ah das kann man denn auch einstecken ok also sachen die man so findet kann ich mir so einstecken für später ja dann lass mich doch mal hier sachen ausprobieren warte wie nehmen die einen denn so warte mal hier so und dann quatsch ne ok ah man kann die sachen auch werfen ok alles klar na gut gucken wir mal ja aber deine meinung ist ja gerade nicht erfahr hä schweinchen ist heute aggro haha schweinchen ist heute mit dem falschen fuß aufgestanden ok ok wir gucken uns das einfach nochmal ein bisschen an wir müssen das spiel ja auch erstmal erstmal verstehen erstmal die einfach festgekrallt guck mal hier sind wir richtig beim hamburger der hamburger können wir da rein guck mal hier sind Kisten erhöhter Angriffsschaden brutal ist unverwundbar ich stecke jetzt mal alles ein ne wofür sind die Sterne man sagt mir ja hier nix erhöhter Ausdauer huh man kann die sachen auch ok ah man muss die sachen lesen so ich spiel doch mit Kont- äh mit Tastatur weil genau deswegen also das hat anscheinend doch nix gebracht den Kontroller lasse ich jetzt in Ruhe der hat nix gebracht so einmal hier reinlesen so und mit der eins kann man wahrscheinlich ah kann man auch benutzen huh warte 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 ja ich bin auch schon da ich bin auch schon da so und jetzt ok Bauchklatscher ist das eine kann man das hier aufheben die hat aber auch nen fetten Arsch ne ja wo ist denn die zwei aus warte doch mal das ist mein Stuhl alter ja was ist das für ein Spiel und jetzt von oben tot hm das war ja irgendwie nix ne keine neuen Rekorde also mit Tastatur ist das auf jeden Fall schwerer zu spielen ich muss den anderen Kontroller wieder benutzen das nützt ja nix hab ihn ja nicht weggeräumt muss ich mir da auch nen neuen Kontroller bei Amazon holen ich hab keine Ahnung woran das liegt ich hab gedacht das liegt an diesen Häkchen ich hab den Häkchen ausgemacht hat aber auch gar nix gebracht warte so also mit dem Kontroller wirds jetzt bestimmt funktionieren mit dem Kontroller ist das auf jeden Fall einfacher zu spielen so auch so was die Fähigkeiten angeht und ausweichen und so kann man mit dem Kontroller einfach viel besser aber man kann den Angriff auch aufladen so ok und dann und dann und dann lass die Dicke mal liegen wir werden sowieso wieder verlieren also da fände ich ja Shooter spiele doch irgendwie besser 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 8 10 14 15 14 15 15 15 15 15 16 16 15 15 so und die sterne wofür sind die sterne das weiß auch keiner wuiuiuiuiui ich habe hier jemanden gehört da einfach jetzt abschießen wäre gut ne mehr du konter einfach weggeworfen bis zum himmel ich habe hasenfuß gelernt erhöhte priorität ok briefkasten kann man gar nicht mehr ok wir haben zumindest aber nicht verloren den kampf warte noch mal wir haben wir schon mit dir zu reden ok na komm da krabbelt er weg ok ich nehme mir das hier auf jeden fall ein hähnchen für später noch mehr ausdauer fähigkeiten haben wir jetzt noch mehr ausdauer noch mehr leben noch mehr ausdauer jetzt sind wir voll ne ja jetzt haben wir alle alle sachen da ketschen zwei und ich komm rein ist er weg bleib stehen ich bin gerade im superstar modus was ne feige sau wo sind die denn alle ich mach mit auch bis nach metten hin nicht ins aus ok Aua. Alter, wie stark. Alter, drei... Hä? Ich war voll. Die haben mir drei Kicks gegeben. Ich war weg. Aha. Aha. Obwohl ich 300 Leben mehr hatte. Als normalerweise. Das verstehe ich nicht. Schade, dass man nicht sieht, was für Knöpfe die drücken. Okay, sie hatte auch siebener Angriff-Power. Also sie hat sieben Upgrades auf Stärke. Da liege ich. Ne, doch nicht. Aha, daneben. Aha, daneben. Aha, daneben. Aha. Hat er einfach den Müll einmal abgekriegt. Also er ist jetzt nicht mein Favorit, muss ich ganz ehrlich zugeben, ne? Also da muss ich schon irgendwie, ähm, Nisto, äh, Recht geben. Das Spiel ist schon irgendwie ein bisschen Dog. Dog. Ham, nam, 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 nam. Hat er einfach aus dem Arsch gezogen. Das kann man ja auch nicht gewinnen. Ja, dann mach halt andere Sachen. Ja, erstmal gucken wir uns das an. Wie lange spielen wir das? 20 Minuten gerade mal. Ich würde ja gerne meine eigene Runde machen. Aber wir sind ja schon bereits seit 2 Minuten. In der Suchliste. Wo ist denn mein... Oh, ich hab mein Dampfer. Ich sitz doch seit Stunden hier am PC. Habe ich meinen Dampfer im Schlafzimmer gelassen? Ich hab gar keinen Dampfer hier. Ich muss mal eben meinen Dampfer holen. Ich muss da sowieso noch warten. Gefunden. Gefunden. Habe ich ihn ja schon. Mir hat er so die ganze Zeit ohne Dampfer verbracht. Ja, manchmal denke ich da einfach nicht dran. Ich tue ja auch meistens nur Dampfen. Ähm. Beim Autofahren oder beim Streamen. Wenn ich so irgendwie im Bett bin oder so, vielleicht einmal ziehen. Und dann 5 Stunden gar nicht mehr. Alter, wie lange dauert das denn bitte? Spielt das keiner mehr, wa? Liegt das daran, dass es keiner mehr spielt? Das muss ich alles hinterher noch rausschneiden wieder. Ich kann ja währenddessen nebenbei schon mal meinen neuen Streamzettel aufschreiben. Streamzettel 14. Habe ich eigentlich dran gedacht, ähm, im Titel zu schreiben, dass wir bei 189 sind? Nö. Siehst du? Das muss ich auch noch umändern. Wir sind ja schon bei 189. Jetzt habe ich's gesehen. So. Guck mal, hier fehlen auch die ganzen Hashtags. Sehe ich gerade. Das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Oder mache ich überhaupt eigentlich nie Hashtag? Doch, ich mache immer Hashtag. So, wen haben wir denn heute? Den 28. 20. Alter, wie lange dauert das bitte? So eine Runde? Fünf Minuten suche ich schon. Eigentlich kann man ja sagen, guck mal, wir konnten kein Match finden. Wir sind einfach zu schlecht. Wir können ja eigentlich sagen, dass wir sind angehoppelt. Weil nochmal werde ich's wahrscheinlich nicht spielen. Wir hoppeln's einfach nur an. Wir waren jetzt sechs Minuten. Sechs Minuten oder so in der Warteschleife. Aber deren Kreise schon ganz klein, ne? Endlich. Ein Ende. Ja, ja. Aua? So, jetzt geht es los. Wir machen jetzt alles fertig. Jetzt oder nie. Auf den Pokal. Oder was auch immer das ist. Oh shit, voll dran vorbei. Egal, dann gehen wir hier hin. Ausdauer nehme ich mal mit für später. Ich hätte lieber gerne auch Angriffsdinger. Oh, und Gesundheit vor allem. Gesundheit nehme ich. Guck mal, da catchen die. Ich mache mit. Was heißt das überhaupt mit diesem Hasenfuß und so? Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hey. Busy. Nee, das Spiel ist doof, oder? Also, abgesehen davon, dass ich in dem Spiel mega schlecht bin offensichtlich, ist das Spiel einfach kacke. Aha, zwölf Tage beide offline. Ja, meine Damen und Herren, das war Wumbleverse, ein Angehoppelt. Das werdet ihr hier nie wieder auf meinem Kanal finden. Viel Spaß, wenn ihr es selber spielt. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017